Nicht schlecht. Häuser auf einem Fluss? Das könnte mir gefallen. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele sind es eigentlich? Kriegt es mal raus. Bis morgen. Ich warte zu lange auf euch. Schön ist es hier. Wirklich schön. Der Kater ist ein bisschen anstrengend, aber doch, 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 schön ist es hier. Bis morgen.